Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Novena zur unbefleckten Empfängnis neunter Tag. Für alle Anliegen der Mutter Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Maria, meine liebste Mutter, gib mir dein Herz. So schön, so rein, so unbefleckt, so voll Liebe und Demut. Damit ich, wie du Jesus, empfangen kann. Und damit ich eile, ihn anderen zu bringen. Gebet von Mutter Teresa. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau, mit der Sonne begleitet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völke mit eisernem Zepter herrschen wird. Offenbarung 12, 1, folgende 5 Maria, hilf uns als Christen zu leben. Bitte für uns. Mach uns zu Zeugen deines Sohnes. Hilf uns, Boten des Friedens zu werden. Schenk uns, als versöhnte Menschen zu leben. Führe uns und alle Menschen in das Reich des Vaters. Vater, du hast Maria über Menschen und Engel erhoben und sie zur Königin des Himmels gemacht. Wir danken dir, dass sie als unsere Mutter und Königin für uns betet, uns führt, beschützt und segnet. Lass uns immer ihre mütterliche Hand ergreifen und führe uns mit ihrer Hilfe zu dir durch Christus, unseren Herrn. Der Engel des Herrn, der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing von heiligem Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, dass wir würdig werden, der Verheißung Christi. Lasset uns beten, ermächtiger himmlischer Vater, hieset deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen. 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 Amen.